Vielen Menschen geht es so, sie schauen sich etwas an, haben aber in Wirklichkeit den Inhalt überhaupt nicht verstanden. Geschweige denn, können sie es nachvollziehen, was da so vor sich gegangen ist. Wann hat man denn jetzt wirklich etwas verstanden? Wenn man das, was da drin vorgekommen ist, auch nahtlos wiedergeben kann. Und das muss man immer wieder für sich auf den Prüfstand stellen, um sich zu sagen, ja, mir geht es nicht darum, dass ich mir was anschaue, dass ich das quasi auf mich einprasseln lasse, sondern es geht wirklich im Kern darum, das auch für sich mal wiedergeben zu können. Und dann wird das Ganze nämlich bedeutsam, um für sich herauszufinden, wieso, weshalb und warum ist das denn überhaupt maßgeblich notwendig gewesen, um sich das anschauen zu müssen. Weil dann, wenn man das nicht macht, wenn man auch immer wieder die Situationen vor sich haben, ich habe mir was angeschaut, das habe ich zum zweiten, dritten, vierten, oder wie häufig auch immer du das jetzt gerade auf den Punkt bringen möchtest, mir schon angeschaut, ja, was bringt dir das? Du hast es ja die vorherigen Male nicht verstanden. Und deswegen guckst du es wieder an. Nicht aus dem Grunde, weil du dich wieder berieseln lässt, sondern weil du deinen schönen Unterhaltungsfaktor da einspielen lassen hast, um dir zu sagen, ja, ich habe es mir angeguckt, weil der Film oder das, was jetzt gerade gewesen ist, war gerade gut. Okay, interessante Vorgehensweise. Super. Da muss man sich einfach nur die Frage stellen, wieso macht man etwas wiederkehrend, obwohl es nicht wiederkehrende Ergebnisse bringt. Und das muss man sich vor Augen führen. Und dann kann man damit auch weitermachen und damit hantieren. Und so sollte man sich das auch mal für sich auseinanderklamm büstern. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, ja, mach das doch jetzt mal. Teil das mit anderen Menschen, die das hören, sehen und wissen müssen. Und in diesem Atemzug, schau dir in den augenblicklichen Momenten, die du jetzt freizeit hast, auch mal den YouTube-Kanal an. Da findest du nicht noch weitere Videos, die du dir unbedingt jetzt mal anschauen müsstest. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.